Herzlich willkommen zurück in der Kathedrale des was auch immer. Wir sind im nächsten Dungeon Crawl, quasi ein Tag später. Wie ihr oben seht, acht Tage bis zur Kaktastrophe. Und wir brauchen noch mal ein bisschen Mana. Fun Fact, ich konnte mal wieder nicht richtig lesen, denn wir haben unbegrenztes Mana und wir haben unbegrenzte HP, theoretisch. Äh, wenn wir den Magier benutzen. Magier ist das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Ähm, Regeneration, sobald wir hier ein paar Gegner im Schnellkampf treten. Was wir relativ häufig tun. Mir ist so ein bisschen aufgefallen. So, können wir gerade noch Max Mana machen? Geht das? Auch. Das ist brillant. Naja, komm, lassen wir das machen. Wir gehen jetzt runter zum... Ach ja. Ähm. Ich habe ein kleines bisschen gelevelt, während wir hier hoch sind. Als mir das aufgefallen ist. Ich dachte mir so, nee, das kannst du nicht einfach so lassen. Abgeschlossen. Wieso ist der Kram immer abgeschlossen? Ich finde das ein bisschen gemein, dass wir gar nicht an die Sachen rankommen. Aber da müssen wir weiter. Das heißt, wir gehen erstmal hier rechts rum. Da kommen wir nicht rein. Noch nicht zumindest. Äh. Ach, verdammt nochmal. Das hat mich jetzt dezent genervt. Der hat aber viel hat ihn. Warte mal, Tee. Ich habe doch schon gegen den gekämpft. Meuer und Licht. Alle Treffer vor seinen kritischen physischen Hiebschaden. Ah, nee. Das ist ein bisschen. Wieso war der denn anfällig angezeigt? Let's do this! Something else. Das tut weh. Verstärkt abwärts um 10%. Arsch die Museum-Abstammung anwesend. Verstärkt sich noch weiter. Er wird zum Beginn des Kampfs automatisch die Abwehr des Fertigkeits-Träg. Das Ding ist, absoluter Tank. Ach so. Ach so. was ist vergessen wieso ist das vergessen abfertigkeiten vergessen die gruppe für einen verbündeten für alle verbündeten warte mal die spaghetti ist jetzt ein bisschen schwieriger die für alle und kritisch er hat wind glaube wind war bei den ich habe doch schon gegen die gekämpft wieso kenne ich den denn nicht ich würde jetzt gerade gerne nur eine halten habe ich mit ihr schon gespottet sicher sicher habe ich nicht das wird ja richtig schwierig gegen das regi das wird ja richtig schwierig gegen das regi das ist das ist das ist das ist Wie gut, dass wir genug meiner haben, theoretisch. Dieses blöde Vieh. So, warte. Äh, wir werden jetzt heilen. Dann nehmen wir wieder den Magier rein. Sie gehören zur Staatsarmee? Endlich sind sie da. Verzeihen Sie uns, wenn wir doch nur früher gekommen wären. Machen Sie sich darum keine Gedanken. So ist das Schicksal nun mal. Die Soldaten, die uns angegriffen haben, haben seine göttliche Strafe erfahren. Ich hätte nie gedacht, dass die Toten mein Ende sein würden. Was für ein trauriger Haufen. Der Soldat, der mich abgestochen hat. Ich glaube, er ist irgendwo hier gestorben. Gott hat ihn verlassen, weil er an jemanden wie Louis geglaubt hat. Herr im Himmel, Kloserei. Hey, wie gelungen. Okay, das war die Seite. Goldbesteck. Goldbesteck. Ich bin so ein Messie. Ich kann es nicht, ich kann es aber nicht weglegen. Da hat er tatsächlich noch ein bisschen. Sind die wieder respawned. So, 118. — 25 immer weiter noch einer da kann man ja richtig gut rein für den fall lassen wir den einen noch stehen ich habe keine ahnung was das für ein vieles aber es ärgert mich das ist das ist mir entkommen das Das löst das? Es sieht aus, als wären wir für jetzt safe. Das ist schlecht. Sie sind zu uns. wollten wir mal versuchen den mit zaubern zu machen so was bist du slashing piercing stumpfe waffen keulen und der rest ist egal in der name of justice oh Oh! Finde ich gut, dass ich mich nicht bewegen konnte. So, jetzt machen wir mehr Autsch. Autsch. Oh, sicher ist sicher. Nice. Probieren wir es mal mit Kandel. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Neon-Pilz. Allein? Ja, gut. Ja, gut. Das wird in Hand. Schau es mal! Schau es! Ich bin direkt mitgenommen. Okay, also die Teile... Habe ich eine stumpfe Waffe? Ich habe eine stumpfe Waffe. Ich habe eine Keule. Oder einen Stab. Flak, genau. Normaler Angriff. Wie sieht es mit dem Mana aus? Dann wechseln wir nochmal zum... ...zum Heiler. Der Stabangriff ist nämlich stärker. 30. Aha. Da sind die Zauber ein bisschen stärker. All right. Take this. Nummer Twinkle. Das ist es, Hülkenberg. Only two enemies left. Stay sharp. Heiler. Flare. Last one for the captives. Now, what's the play? Are you prepared? I'll cut you down. Observe the enemy. Knight. To the rearguard. With blade in hand. I stand waiting. The power of healing. Heiler. Flight. Uh oh. Brace yourself. Spocken ist mega nice. Also brauchen wir auf jeden Fall drei Schadensarten. In irgendeiner Art und Weise. Beziehungsweise zwei physische und mindestens eine magische. Verschiedene. Natürlich. So, alle vermitteln heulen. Dankeschön. Murmel, 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 murmel. Murmel, 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 murmel. Wie konnte es so weit kommen? Wir haben zu Lord Lewis aufgeschaut und wir sind endlich seiner Armee beigetreten. Warum ist also ist das alles passiert? Er wählt sich komisch. Er sieht uns, aber er tut nichts und sitzt einfach nur da. Hm, was wollen sie? Ist ja auch egal. Ich bin nicht mehr dazu verpflichtet, Eindringlinge zu fangen. Was ist mit den Geiseln? Niemand auf diesem Stockwerk hat überlebt. Sie haben das Gemetzel auch bestimmt gesehen, oder? Erst haben wir sie festgenommen, aber letztendlich waren sie unser Untergang. Tja, welche Ironie finden sie nicht. Alles ist egal. Uns wird niemand helfen. Wir wollen nach oben. Es gibt eine Tür entlang des Korridors. Gehen sie durch das Lager, dann finden sie die Treppe nach oben. Aber irgendwie ist das komisch. All das Chaos hier und trotzdem haben die da oben uns kein bisschen geholfen. Hier ist der Schlüssel, aber auf eigene Verantwortung. Alles ist egal. Uns wird niemand helfen. Wo sind ihre Kameraden? Sie haben es bestimmt gesehen. Plötzlich haben die Toten angegriffen. In nur einem Moment sind alle meine Kameraden gestorben. Wir sind nur einfache Soldaten. Sie alle sehen uns nur als Kanonenfutter. Diese Verfluchten. Okay, da geht's jetzt. Lagerschlag. Da geht's schon zum Nächsten wieder. Wenn wir das Lager da vorn verlassen, müssten wir anscheinend nach oben gelangen. Ihr glaubt auch nicht, dass sie sich das ausgedacht hat, oder? Das ist in Anbetracht der Unstände schwer zu glauben. Außerdem bleibt uns keine Wahl, als ihn beim Wort zu nehmen. Meine Reise aufzeichnen. Bitte danke, gern gesehen. Die sind neu, oder? Die sind neu. Nicht schlecht. Gute schmutzige Klinge. Was? Wieder den Magier reinnehmen. Ah, heiler haben wir fast auf 10. Geleit, Magier. Well... We have the edge. Let's turn the more off. Stay calm, everyone. Forward. Let's go. Burn. I can't afford it. I call upon royal power within. I'll cut you down. By the swan oaf... Ha! Take this! Resistent. Gegen Hiebschaden. Nein, das war Stich. Hat sie, glaub ich. By this power. War das nicht... Waren die Untoten nicht gegen... Offensichtlich nicht gegen Feuer. Ja, leider ist noch wirklich ein Traffor. Geblockt. Huh? Ach, das waren die Schleime, glaube ich, gegen die wir gekämpft hatten. Oder die Zombies. Zombies und Skelette ist ja ein Unterschied. So, da ist zu. Da liegt ziemlich viel Zeug rum. Da liegt. Eilig Das ist 10 Auto. ach ich stehe ja auch hinten mit mit dem mage na das sieht doch schon besser aus ganz haft wow mit sieben getötet gerade so das ist nice silberbein schieben also nimmst die kräuter ausdauer und agilität was hat denn hülki an eisenhelm was ist das denn bitte für ein lagerraum ich will da nicht runter springen lass mich mal lass mich mal speichern es ist schon wieder 30 minuten das heißt wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn wir wenn wir da runter springen und schauen ob und wenn was wir da machen wie immer vielen lieben dank fürs zusehen und euch noch einen wunderschönen tag like kommentiert hilft mir sehr im algorithmus ist denn dann schausen